Hallo und willkommen bei Wikivit Geschichte. Ich heiße Silvia Sawulska und ich präsentiere Ihnen heute die interessantesten Ereignisse aus der Vergangenheit vom Zeitraum zwischen dem 30. März und 5. April. Am 30. März 1945 wurde die Hafenstadt Danzig an der Weichselmündung von den sowjetischen Truppen erobert. Am 9. April marschierte die Rote Armee in Königsberg ein. Dann begann die Offensive Richtung Berlin. Der Zweite Weltkrieg hinterließ zahlreiche Armuts- und Versorgungsspuren in Deutschland, die erst später im vollen Ausmaß zum Vorschein kamen. Die Rettung kam mit dem sogenannten Marshall-Plan, benannt nach Außenminister George C. Marshall. Das European Recovery Program, wie der Marshall-Plan offiziell betitelt war, wurde am 3. April 1948 von dem US-Präsidenten Harry Truman unterzeichnet und konnte somit realisiert werden. Und jetzt eine Nachricht aus dem Motorwesen. Am 3. April 1885 bekommt Gottlieb Daimler offiziell das Reichspatent auf seine Erfindung des Standuhrmotors. Den Namen verdankt seine Erfindung ihrem äußeren Erscheinungsbild. Es sieht aus wie eine Standuhr. Die Arbeit an dieser Erfindung bewerkstelligte Gottlieb Daimler gemeinsam mit Wilhelm Maybach. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wer kennt es nicht, das Motto der französischen Revolution. Doch was 1789 mit hohen Idealen begann, wandelte sich schnell in Mord, Rache und Machtspiel um. Und man musste nicht lange warten, bis die Revolution, und besser gesagt, die Revolutionäre, gesammelt um die Person von Robespierre, anfingen, Mitglieder aus ihren eigenen Reihen auf die Guillotine zu befördern. Am 30. März 1794 erfasste es einstige Freunde und Wegbereiter Robespierres, Georges Jacques Danton und Camille Desmoulins. Wegen einer vermeintlichen Verschwörung wurden sie verhaftet. Und sechs Tage später, am 5. April, wurde an ihnen das Todesurteil ausgeführt. Ihre Hauptverstuldung bestand in einem Protest gegen die Terrorherrschaft von Robespierre. Desmoulins soll kurz vor seiner Hinrichtung gesagt haben, Die Ungeheuer, die mein Blut fordern, werden mich nicht lange überleben. Und tatsächlich, nur vier Monate später, am 28. Juli, erfolgte die Hinrichtung von Maximilien de Robespierre. Kennen Sie dieses Gemälde? Wahrscheinlich besitzen zahlreiche von Ihnen eine Reproduktion dieses berühmten Bildes von Vincent van Gogh zu Hause. Wussten Sie aber, dass dieses Gemälde eine Serie angehört? Van Gogh malte mehrere Bilder mit dem Motiv der Sonnenblumen. Je nach Bild ist die Zahl der Blumen in der Vase unterschiedlich. 5, 3 und sogar 15. Am 30. März 1987 wurde eines dieser Bilder beim Auktionshaus Christie's zum Preis von 24,75 Millionen Pfund erstanden. Und glauben Sie, selbst Van Gogh wäre von dieser Summe beeindruckt gewesen. Und nun die Geburtstagskinder der Woche. Am 30. März 1913 wurde der deutsche Fußballspieler Rudolf Noack geboren. 1934 wurde er in den Kader der Nationalmannschaft berufen, mit der er während der Meisterschaften in Italien im gleichen Jahr den dritten Platz erkämpfte. Er kam in die sowjetische Kriegsgefangenschaft, in der er 1947 starb. Am 1. April 1875 wurde der britische Schriftsteller Richard Horatio Edgar Wallace geboren. Sein erstes Buch brachte er im Alter von 30 Jahren heraus. Berühmt war er vor allem als Kriminalschriftsteller und Drehbuchautor. Sein populärstes Werk war Der Hexer, der als Theaterstück am 1. Mai 1926 aufgeführt wurde. Sie haben da einen Fleck auf dem Pullover. April, April. Ja, der 1. April ist der Tag des April-Scherzes. Nur leider werden wir als Gesellschaft immer faule, um uns selbst Scherze auszudenken. Viel lieber schauen wir im Fernsehen Comedy und Sketche. Zudem ist es kein guter Anlass, um die Marketing- und Vertriebsmaschinerie in Gang zu setzen. Der Tag bringt einfach kein Geld aus Konsumgütern ein. Deswegen könnte es sein, dass er bald vom Aussterben bedroht sein wird. Damit das nicht passiert, machen Sie sich jetzt Gedanken, welchen harmlosen, aber dennoch lustigen Streich Sie Ihren Leben spielen könnten. Aber vergessen Sie nicht, wieder bald hier bei Wikivit Geschichte einzuschalten. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020